I mean this, all I want to do is be more like me and be less like you Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir kommen heute mal, beziehungsweise kläre ich heute mal die Frage auf. Da sie des öfteren im Stream kommt, wenn wir gerade so über meine Pfeifen reden oder allgemein über das Thema Pfeifen im Stream, wie ich denn eigentlich meine VZ sauber mache, worauf ich achten muss und was für Hilfsmittel ich verwende dafür, das möchte ich euch heute hier in diesem Video zeigen. Also würde ich sagen, bleibt dran und jetzt viel Spaß beim Video, Freunde. Ja, Freunde, vorab braucht ihr logischerweise eine VZ, um das zu machen. Ich habe meine jetzt hier. Ich habe das Ganze schon lange nicht mehr sauber gemacht. Wie ihr auch hier oben sehen könnt, diese schwarzen Flecken sind nicht normalerweise glänzt. Das Ganze relativ schön. Ich habe euch auch mal zwei Bilder abfotografiert von Rauchsäule und Teller. Nochmal quasi eine Nahaufnahme. Die blende ich euch an der Stelle hier mal ein. So, da habt ihr es gesehen. Das Ganze ist schon mühdreckig. Das war jetzt kompletter Sprachfehler. Das Ganze ist mühdreckig, wollte ich sagen. Ich will auch jetzt hier nicht speziell darauf eingehen, wie ich die Bowl sauber mache. Ich denke, das wer da alle kennt. Spültab, Schmand weg. Ich will eher darauf eingehen, wie ihr quasi diesen Kupferteil hier sauber macht, ohne dass ihr irgendwelche Wasserflecken drauf habt. Weil ihr wisst, das Ding, ich nenne es mal oxidiert, ich glaube, das heißt so mit der Luft. Und dadurch bilden sich halt, wie hier oben auf dem Kohleteller, wie ihr das hier so ein bisschen sehen könnt, diese schwarzen Flecken. Wie ihr die Bowl sauber macht, wie gesagt, ich denke, das wisst ihr von alleine. Ja, Freunde, was brauche ich, um meine VZ richtig ordentlich sauber zu machen? Ich brauche einmal zwei Paar Handschuhe. Warum zwei Paar? Weil ich meistens zu blöd bin, um eins nur zu verwenden. Ich saue meistens zwei ein, deswegen lege ich mir prinzipiell einfach immer zwei Paar hin. Aber ich empfehle euch, legt euch solche Gummihandschuhe dazu, weil dann macht ihr euch die Pfoten nicht. Die Pfoten ist auch typisch sechzig. Die Hände nicht dreckig. Im Sinne dreckig, kommen wir gleich dazu, warum die Handschuhe. Dann nehme ich hier so einen schönen Pinsel. Warum nehme ich diesen Pinsel? Der eine oder andere würde sich sagen, das kannst du doch einreiben. Ja, könnte ich. Aber mit dem Pinsel komme ich hier einwandfrei, nehme ich in diese Rillen, die ihr ja hier seht. Jetzt seht ihr das gerade nicht. Hier in diese Rillen komme ich da einwandfrei. Und vor allem komme ich auch hier in diese Zwischenräume. Sehr gut mit dem Pinsel rein. Deswegen nehme ich den Pinsel, wie ich das Ganze natürlich auch mache, zeige ich euch noch im Video. Und ganz wichtig, kann man nehmen, muss man nicht. Kriegt man schon relativ günstig auf Amazon. Und zwar habe ich Kupfer-Messing-Reinigungscreme. Das Ganze ist eine Art Paste. Bei meiner ist jetzt hier eine Art Schwämmchen dabei. Den nehme ich eher selten. Der ist dabei, damit ihr den ganzen Lachs einreiben könnt. So, und dann sieht das Ganze, ich sage mal, wie so Rauchpaste, die ja in den Kopfhaut aus. Und das Ganze braucht er dazu. Das läuft dann folgendermaßen ab. Ich schmiere die VZ ein. Das zeige ich euch dann auch irgendwie nochmal im Schnelldurchlauf. Und lasse das Ganze dann ein paar Minuten einwirken. Und dann kommen wir nämlich zum Reinigungsprozess. So, Freunde, dann würde ich sagen, an der Stelle ziehe ich mir die Handschuhe an. Ihr werdet das Ganze jetzt hier im Schnelldurchlauf sehen. Und zeige euch quasi so, wie ich den ganzen Bums sauber mache. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Schnelldurchlauf. Und dann putzen wir das Ding mal und vergleichen mal, ob wir das Ding wieder glänzend bekommen. Und dann können wir das Ding wieder glänzend bekommen. Und dann können wir das Ding wieder glänzend bekommen. Und dann können wir das Ding wieder glänzend bekommen. So, Freunde, ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe das Ganze wirklich wie im Kunstunterricht früher. Einfach nur mit dieser Kupfer-Messing-Paste eingerieben. Ich hoffe, man hat es halbwegs gesehen, warum ich, wie gesagt, diesen Pinsel genommen habe, dass ich halt wirklich in die kleinen Ecken komme. Ich sage es auch im Stream ganz oft, wer überlegt sich eine VZ zu holen, muss sich bewusst sein, dass das Ding wirklich Pflege braucht. Ich mache diesen Vorgang jetzt nicht alle vier Wochen oder so. Ich mache das vielleicht im Vierteljahr einmal, ein-, zweimal mache ich das, je nachdem, wie ich selber Lust habe. Und dann mache ich das. Ihr müsst das jetzt nicht jede Woche oder alle vier Wochen machen. Ihr könnt das machen, müsst es aber nicht. Der nächste Schritt sieht so aus, dass ich das Ganze jetzt einziehen lasse. In der Zeit baue ich mir ein Köpfchen und mache mir eine Pfeife an. Und dann brauchen wir quasi ein trockenes Tuch oder eine Art Zeva, womit wir das Ganze abreiben können. Und dann bitte nicht mit Wasser machen, weil ihr wisst, Kupfer bzw. Messing und Wasser suboptimal. Deswegen ein trockenes Tuch. Da kommt dann auch die zweiten Handschuhe zum Einsatz im Übrigen. Und dann sollte der Kollege eigentlich wieder glänzen. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse das Ganze jetzt so lange, wie ich mir, wie gesagt, ein Köpfchen gebaut habe, die Pfeife angemacht habe, hier einziehen. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Teil oder im zweiten Teil wieder, wenn das Ganze fertig ist. Ich denke, das Abwischen werde ich euch nicht mehr reinschneiden, weil abwischen könnt ihr, denke ich. Also, ich gehe mir ein Köpfchen bauen und dann sehen wir uns gleich zum Ergebnis, Freunde. So, Freunde. Ich habe die VZ soweit sauber gemacht. Kurz vorab muss ich nochmal ein bisschen was korrigieren von der letzten Aussage. Ich meinte, oder ich habe ja gesagt, nicht mit Wasser sauber machen. Natürlich, gerade wenn ihr so einen Kupfer-Messing-Reiniger habt, zum Beispiel den, den ich habe, braucht ihr logischerweise Wasser, um das abzuspülen. Das ist klar. Mit, ähm, nicht mit Wasser sauber machen, meine ich jetzt unbedingt das Ding in Wasser einlegen oder so. Das meine ich damit. Ihr braucht aber natürlich Wasser, um das Zeug abzukriegen, weil, wenn ihr das einwirken lasst, wird das Zeug hart. Wie mache ich jetzt dieses harte Zeug runter? Da empfehle ich euch, entweder ihr habt eine Drahtbürste, die jetzt nicht unbedingt zu stark ist, dass ihr euch das Ding quasi zerkratzt. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, sieht auch nicht cool aus. Ähm, ich empfehle euch da so ein, das nimmt man für Töpfe so, ich nenne es mal Stahlschwamm. So nenne ich das Ding jetzt einfach mal. Ich denke, wir werden wissen, was ich meine. Das nehme ich dafür, weil damit kriegt ihr das einwandfrei runter, als wenn ihr eigentlich mit einem Lappen da steht und schrubbt. Wenn ihr das dann gemacht habt und das Zeug runter ist, nehmt ihr euch ein altes Tuch oder nehmt, wie gesagt, ein Zeva und poliert das Ganze. Weil wir wollen das natürlich wieder glänzend haben und das heißt, wir müssen das Ding polieren. Das dauert ein bisschen, macht auch ein bisschen Sauerei, wenn ihr da ein bisschen knackern solltet, weil das Wasser läuft logischerweise runter. Also deswegen legt euch da eine Unterlage drunter, wenn ihr euch nicht unbedingt die Küche oder euren Tisch versauen wollt. Und ich würde sagen, ähm, ich zeige euch das gute Stück mal. Ihr habt es vorhin gesehen, sie war echt dreckig, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie war halt sehr matt, muss ich sagen. Ich habe sie jetzt schon zusammengebaut, auf die Bohlen wieder gesteckt und ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis, Freunde. Und ich würde sagen, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Sie glänzt wieder schön, sie ist wieder schön poliert. Ähm, den Pinsel habe ich übrigens ausgewaschen, um dann hier in diese Rillen reinzukommen. Ich sehe jetzt hier auch nichts, dass ich was vergessen habe, hier ist er bloß noch ein bisschen nass. Ähm, aber an sich glänzt der Kollege wieder. Hier oben seht ihr das auch. Klar habt ihr hier immer mal so ein paar, ähm, Streben noch. Aber ganz ehrlich, das Ding ist eine VZ, die muss nicht perfekt sein wie eine normale Edelstahlpfeife. Die kann mal ein bisschen, ich sag mal, abgefuckt aussehen. Aber ihr seht, das Ding glänzt wieder einwandfrei. Das Zeug hat seinen Job getan, Freunde. Ja, Freunde, und so mache ich im Endeffekt meine VZ sauber. Das Ganze dauert so mit einwirken lassen und so weiter und so fort dauert diese Reinigung circa 20 Minuten oder 15 bis 20 Minuten, sag ich mal, je nachdem wie lange ihr das einwirken lasst. Ich lasse das Ganze meistens so 5 Minuten einwirken. Ihr braucht, wie gesagt, oder wenn ihr das so machen wollt, wie ich das hier gemacht habe, wie gesagt, diesen Kupfer-Messing-Reiniger. Am besten ein paar Gummihandschuhe oder sowas. Einen Pinsel wahlweise, damit er in die kleinen Ecken auch kommt. Den könnt ihr auch zum Saubermachen dann wieder verwenden, wenn ihr dann natürlich ausgewaschen habt. Und mehr ist das Ganze gar nicht. Dann zum Schluss noch schön polieren und das Ding glänzt wieder wie neu. Und dann würde ich sagen, beende ich das Video an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Abo, da würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, am Samstag 20.30 Uhr auf Twitch Giveaway Livestream. Viele Produkte sind dabei. Es ist auch noch ein kleines Giveaway dabei oder ein Produkt dabei, was ich noch nicht verrate, was ich erst im Stream verrate. Und dann danke ich euch fürs Einschalten. In diesem Sinne geht der letzte Zug hier auf euch. Geraucht wird übrigens, wie immer, in der VUCA. Must-Have-Lime mit Hokkaiden, Pink Lemons, Jager. Sehr wilde Mische, by the way. Und jetzt der letzte Zug auf euch. Ich wünsche euch einen entspannten Restwoche. Wir sehen uns Freitag zum neuen Video oder dann spätestens natürlich zum Livestream auf Twitch, zum Giveaway, Freunde. Und jetzt, nah war ich euch nicht weiter voll. Letzter Zug auf euch. Bring on.